Ja, hallo und willkommen zu einer Runde This War of Mine Final Cut. Das Game ist schon was älter, ich hab das vor vielen Jahren, es kommt mir wie eine Ewigkeit vorgezockt, als es rauskam und ich hatte mal wieder Bock drauf und deswegen dachte ich, nehm ich ein paar Folgen auf für den Kanal. Was soll schon schief gehen? Ich hab meinen ganzen Progress hier gelöscht von damals, das heißt wir starten ganz frisch und neu rein und es sieht so aus, als ob er jetzt gleich eine Story lädt. Normalerweise hat man noch so einen Auswahlbildschirm, wo man dann auswählen kann, mit welchen Charakteren man spielt, aber scheinbar beim ersten Mal wählt er einen zufälligen aus. So und wir starten mit dem Charakter Christo und seiner Tochter Iskra, scheinbar aus den DLC The Little Ones, wo später die Kinder eingeführt wurden, das kenne ich persönlich noch nicht, wird also auf jeden Fall spannend. So, wir legen hier gleich mal los, das hier ist auf jeden Fall unser Unterschlupf und den werden wir jetzt erstmal looten, werden hier alles zusammentragen, was wir hier so finden und dann schauen wir mal, was dabei so rauskommt. Ziel von dem Game ist relativ simpel, einfach den Krieg zu überleben. Wenn ich mich recht erinnere, geht der so zufällig zwischen 30 und 45 Tagen in dem Dreh plus minus und man startet halt immer mit einer Auswahl von Charakteren, die innerhalb des Spielverlaufs noch mehr werden können oder halt auch weniger, wenn welche sterben und das versuchen wir hier zu verhindern. So, er kann das hier mal wegbuddeln, das dauert eine Weile, dann kann sie hier auf jeden Fall mal weiter looten. Wenn man einen Doppelklick macht, dann rennen die auch schneller. So, hier ist sogar was zu essen dabei, ein bisschen Wasser, Baumaterialien, Holz, Feuerholz. Ah, hier sind die ersten elektrischen Teile, wir werden auch den Unterschlupf noch weiter ausbauen im weiteren Verlauf, da braucht man diverse Gerätschaften und genau dafür gibt es die ganzen Baumaterialien. Noch mehr Teile. Kann sie das hier entfernen? Nee, natürlich nicht. Dafür ist sie noch zu klein. Was ist das hier oben? Für ein Icon, das kenne ich nicht. Was macht sie da? Ach, sie malt an der Wand, okay, das ist... Um diesen, ähm, Traurig-Status wegzukriegen, kann sie dann irgendwie spielen. Interessant. Davon werden wir noch Gebrauch machen, hier gibt es erstmal wieder Baumaterial. Kann sie graben? Ich kann es mir nicht vorstellen. Oh, die Tür ist verschlossen, okay, da müssen wir noch, äh, n... eine Brechstange oder einen Dietrich finden oder bauen. Machen wir hier unten weiter. Und Christo ist gleich fertig mit dem Steinhaufen, das gibt uns dann Zugang zum Hinterhof und dem Baumhaus, was da steht. Ah, hier gibt es schon einen Dietrich, super. So, dann kann sie hier gar nichts mehr machen, weil sie hier nirgendwo mehr hinkommt. Ach doch, kommt sie. Hey, bleib stehen. Ach ne, das kann sie nicht. Ach doch, sie kommt noch hier raus, siehste. Und ins Baumhaus kann sie auch noch. So, dann nehmen wir mal dich und du machst hier das weg. Er müsste das eigentlich schaffen, die Tür hier aufzubrechen oder braucht man da eine Brechstange für? Ja, du hast Baumaterial gefunden, sehr gut. Ah ja, okay, er kann das so wegmachen. Und sie kann das Baumhaus looten. Und da gibt es hier noch einen Schrank. Mit Teilen, Feuerholz. Und sie hat gefunden, noch mehr Teile. Gut, dann habe ich jetzt erstmal keine Verwendung mehr für sie, dann kann sie hier spielen. Vielleicht geht dann dieser Traurig-Status weg. Hat er hier eigentlich einen Status? Ne, er hat keinen Status. Wir können auch mal schauen, was seine Biografie ist. Er ist Abstinenzler, das heißt, ich sollte ihm lieber kein Alkohol geben. Sonst könnte das Böse enden. So, dann nehmen wir hier noch mehr. Ja, dann geh halt nach unten. Ja, dann geh halt nach oben. Nehmen wir hier noch den nächsten Steinhaufen weg, damit wir hier durchkommen. Dann können wir noch den restlichen Schrank hier oben looten. So, das weg. Dann machst du noch die Tür hier auf. So, man sieht hier oben auch, wir haben Tag 1. Wir haben jetzt 4.30 Uhr. 22 Grad, noch schön angenehm. Äh, und der Tag geht glaube ich bis, uff, was war's, 18 Uhr, 20 Uhr, irgendwas in dem Dreh. Äh, was haben wir denn hier? Oh, ein Kuscheltier. Das ist das Schmuck. Das ist das Schmuck, Diamanten. Okay, und Feuerholz. Da können wir gleich mal durchgucken, was wir alles so haben jetzt insgesamt. Hier haben wir auf jeden Fall einen Dietrich, den will ich jetzt aber noch nicht für den Unterschlupf benutzen. Da werden wir uns eine Brechstarre bauen. Ähm, weil der Dietrich ist nach der Benutzung weg. Und der Dietrich macht das Ganze leise, was uns beim Looten in anderen Häusern hilft. Hier vor Ort aber nicht. Dafür ist mir der Dietrich geradezu wertvoll. Wir haben 70, wir haben 70 was Bestandteile. Okay. Äh, dann haben wir hier noch Bauteile. 45 Holz, 5 Wasser, 4 elektrische Teile und 14 Feuerholz. Daneben noch Schmuck. Ich glaube, der taugt nur zum Tauschen, also zum Handeln. Und was mit dem Spielzeug ist, das ist auch aus dem DLC mit den Kindern, weiß ich nicht. Werden wir schauen. Ein bisschen was zu essen haben wir auch. So, wir müssen jetzt schauen, dass wir was bauen. Dafür steht hier unten die Werkbank. So, dann würde ich mal stark sagen, wir könnten auf jeden Fall ein Bett gebrauchen. Wir könnten ein Herd gebrauchen. Wir könnten hier so vieles gebrauchen. Äh, ich fange erstmal mit dem Bett an, damit man zumindest die Nacht gemütlich verbringen kann. Stellen wir das hier hinten hin. Dann kannst du das auch gleich aufbauen. Ja, es ist jetzt 18 Uhr, also scheint bis 8 Uhr, also bis 20 Uhr zu gehen. Können wir vielleicht noch irgendwas anderes in Auftrag geben. Weiß nicht, ob er es dann noch schafft zu bauen. Bauen wir doch mal den Herd. Ja, rein in die Küche. Ja, er wird ihn nicht fertigstellen können. Die Nacht verbringt man nicht hier im Unterschlupf. Die Nacht spielt man beim Looten. Das heißt, man geht dann in irgendein anderes Haus in der Stadt und, ähm, ja, nimmt sich da mit, was man so brauchen kann. So, jetzt haben wir die Nacht. Und jetzt, äh, muss man hier entscheiden, wer was machen soll in der Nacht. Er geht jetzt auf jeden Fall plündern. Er hat 12 Inventarplätze zum Plündern. Dann schicken wir ihn doch hier in dieses bombardierte Haus, genau. Und sie kann derweil im Bett schlafen. Das ist jetzt natürlich risky, weil auch jede Nacht die Gefahr besteht, dass der Unterschlupf angegriffen wird. Aber wenn wir nicht looten gehen, dann kommen wir hier auch kein Stück weiter. Also, wüsste jetzt nicht, was wir anderes machen sollen. So, ich schicke ihm jetzt mit leerem Inventar los. Der Dietrich bleibt heute noch hier. So, dann schauen wir doch mal hier, dass wir alles looten. Ich glaube, dieses Haus ist relativ safe. Hier gibt es keine Gegner, nichts. Hier gibt es Baumaterial. Das hier müsste nur irgendeine Ratte sein oder so, genau. Da kommt sie schon raus. Ähm. Gibt es hier nicht einen Hotkey, wie man alles nehmen kann? Ah ja, Rechtsklick. Okay. So, jetzt sind wir im Prinzip schon voll. Könnten wir zurückgehen. Aber ich schaue mal noch, ob es hier irgendwas Sinnvolleres noch gibt. Wir müssen uns ja nicht komplett mit Baumaterialien vollstopfen. Hier könnten wir noch, ähm, Essen und Wasser mitnehmen. Das wäre vielleicht sinnvoll. Dann lassen wir doch ein bisschen Baumaterial hier. Und Holz. So, dann nehmen wir alles an Wasser mit und ein Stack Essen. Hier gibt es nur Zucker. Hier ist noch ein Steinhaufen, den man wegräumen müsste. Medizin haben wir hier. Ja, das ist gut. Brauchen wir jetzt im Moment aber nicht. Schauen wir mal noch an, was es hier unten gibt. Hier ist noch ein Steinhaufen. Und eine verschlossene... Ein verschlossener Schrank. Nee, das sind nur Bretter. Ich erkunde halt einfach mal das Haus, damit ich weiß, was ich für Werkzeuge brauche, wenn ich hier einmal alles mitnehmen möchte. Okay, hier ist nur noch mehr Baumaterial. Guck mal hier durch. Die ist abgeschlossen. Also brauchen wir hier auch eine Brechstange oder einen Dietrich. Okay, also wir müssen auf jeden Fall am besten mit einer Schaufel und einer Brechstange nochmal wiederkommen. Das kriegen wir hin. Dann war erstmal ein volles Inventar. So, die Nacht war ruhig. Glück gehabt. Wie gesagt, kann auch sein, dass man mal überfallen wird in der Nacht oder... Und dann verletzen sich die Bewohner, die da quasi ohne Verteidigung völlig schutzlos schlafen. So, das Ganze wurde jetzt zu unserem Inventar hinzugefügt. Er ist jetzt hungrig und müde und sie ist nur hungrig und immer noch traurig. Aber hier ist auch noch so ein... So ein Spiel-Icon. Was kann sie denn hier machen? Aber lassen wir ihn sie erstmal trösten. Das ist ja süß gemacht. Oh, jetzt geht sie weg. Jetzt ist sie eingeschnappt. Was ist denn das? Was macht sie denn da? Ach, okay. Alles klar. So, dann bau du mal den Ofen. Dann kannst du nämlich auch schon mal was kochen. Wir haben genug Wasser. Wir haben genug Feuerholz. Kannst du gleich mal zwei Mahlzeiten bauen. So, wenn ich mich recht erinnere, ist es okay, wenn die einen Tag hungrig sind. Die schalten erst in den Modus sehr hungrig, wenn sie zwei Tage lang hungrig waren. Das heißt, wir könnten noch einen Tag warten, bis wir Essen geben. Jedenfalls ist das bei den Erwachsenen so. Bei den Kindern bin ich mir nicht sicher. Wir werden es rausfinden. So, dann geh spielen. Und du sollst nochmal was bauen. Ich muss den auf jeden Fall noch schlafen schicken, heute am Tag, damit er nachts wieder fit ist zum Looten. Bauen wir noch die Metallwerkstätte, weil da kann ich dann das Brecheisen bauen. So, das ist fertig und wir können jetzt hier die Brechstange und die Schaufel und den Dietrich bauen. Machen wir erstmal die Brechstange. Und dann machen wir auch die Schaufel gleich. Papa, spielst du mit mir? Papa ist gerade beschäftigt. Papa muss eine Schaufel bauen. Steht sie da eingeschnappt wie so eine Greta. So, Schaufel ist fertig. Dann kannst du jetzt das hier wegräumen. Das müsste jetzt fix gehen. Und dann kannst du gleich mal mit dem Brecheisen in diesen Schrank da einbrechen. Ich hatte normalerweise immer alle Bewohner busy, aber mit dem Kind weiß ich wirklich nichts anzufangen. So, hier sind Bücher, ein bisschen Wasser und, oh, schön, einmal Bandagen. Falls sich mal jemand verletzt, sehr nützlich. So, ich glaube, ich schicke ihn zur Sicherheit jetzt mal ins Bett. Denn, dass er nicht ausgeschlafen ist heute Nacht, kann ich mir nicht leisten im Moment. So, er ist ausgeschlafen. Das ist sehr gut. Dann können wir hier unten noch ein bisschen weitermachen. Was wird das jetzt? Oh, sie ist nicht mehr traurig. Das ist cool. Dann kannst du gleich mal looten und du kannst das aufbrechen. Das schaffen wir noch vor 8 Uhr. Kommt, ich glaube an euch. Oh, hier ist Gemüse. Okay. Kann man benutzen, um besseres Essen zu kochen. Und, ja, ein bisschen was von allem. Oh, Dosenfutter, Medikamente und Kraut. Sehr gut. So, du pennst wieder im Bett. Und er geht plündern. Wir gehen wieder in das bombardierte Haus, weil da war ja noch einiges zu holen. Und diesmal nehme ich natürlich das Brecheisen und die Schaufel mit. So, machen wir erstmal das hier weg. Wir werden dann sicherlich nochmal hierher kommen. Aber dann müssen wir keine Werkzeuge mehr mitnehmen, denn ich werde jetzt einfach alles aufmachen und alles wegschaufeln, was es hier so gibt. Dann haben wir die zwei Inventarplätze nächstes Mal frei. So, den Haufen noch weg. Und den Schrank aufbrechen. Was haben wir denn hier drin? Munition, Schießpulver, Patronenhülsen, Medikamente und eine Zigarette. Dann können wir erstmal mitnehmen. Das werde ich wahrscheinlich nochmal austauschen hier. Hier oben war noch eine Tür, die man aufbrechen muss. So, hier war nichts weiter zum Aufbrechen. Was ist hier? Ah, das ist nur ein Flyer. Verlassen Sie sofort, Pogo. Okay, kein Problem. Das ist nicht so wichtig. So, hier ist noch mehr Baumaterial. Können wir ein bisschen was mitnehmen. Aber nicht alles. Gibt es noch ein Stackteile. Den Rest lasse ich jetzt erstmal hier. Was weiß nicht, habe ich hier schon reingeschaut. Nö, aber es sind auch bloß Baumaterialien. So, das können wir hier noch stacken. Weil davon haben wir schon einen. Die Zigarette lasse ich hier. Dann nehme ich lieber die Medikamente mit. Und ich glaube, die... Das Schießpulver, die Patronenhülsen können wir auch erstmal hier lassen. Nehmen wir lieber noch hier irgendwas mit aus dem Kühlschrank. Oder von hier einfach mal noch ein Stack Zucker. Und dann gab es im Kühlschrank noch irgendwas Sinnvolles. Ich glaube, da gab es noch Essen. Ja. Okay. Und hier war nur Baumaterial noch richtig. Ja. Okay, rennen wir erstmal nach Hause mit dem Loot. Oh, oh. Oha. Jemand ist eingebrochen, hat unsere Sachen gestohlen. Schauen wir mal, was wir verloren haben. Wir haben einmal Essen verloren und einmal Wasser. Okay. Und sie wurde verletzt. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Dann müssen wir die gleich mal verarzten. Dazu haben wir ja die Bandage. Schauen wir mal, wie schwer die Verletzung ist. Leicht verletzt. Okay. Und deprimiert. Deprimiert ist nicht gut. Da müssen wir gleich mal Aufbauhilfe leisten. Jo. Das waren die ersten zwei Tage und zwei Nächte aus dem Let's Play. Ich mache hier mal einen Cut. Und wir machen dann in der nächsten Folge mit dem Tag 3 weiter. Ich werde mal schauen, wie das so ist. Wie viel Videolänge dann zwei Tage sind. Vielleicht machen wir auch drei Tage pro Folge oder so. Mal schauen. Dann vielen Dank fürs Zugucken bis hierhin. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.